Eine Mannschaft ist, die sehr über Geschlossenheit kommt und über klare Struktur. Nochmal Christian, ein absoluter Trainer-Fuchs, der dort über Jahre hinweg ganz tolle Arbeit macht. Gute Organisation, aber trotzdem bereit, auch immer wieder jeden Meter zu gehen. Haben immer vorne drinnen Jungs, die auch treffen können. Demirovic dieses Jahr dazu geholt, Höhler immer unangenehm. Gute Fußballer, Grifor, Günther, linker Verteidiger mit unglaublich viel Tempo. Salai, der gerade in einer guten Verfassung ist, Nationalmannschaft trifft. Einfach eine Mannschaft, die auch gut kicken kann. Und deswegen ist es für uns auch eine Herausforderung. Eine Mannschaft, die im Moment knapp vor uns steht, an der wir gerne wieder vorbeiziehen wollen.